Und was ist nun mit Jimmy Hoyt? Ach ja, ja, der wird vermisst. Wo vermisst? Er ist verschwunden, Mann. Ist seit zwei Tagen weg. Ich will gerade seine Familie besuchen. Ach, da komm ich mit. Ich setze 3 zu 1, dass dieser Schwachkopf nicht wiederkommt. Ich setze 100 dagegen. Alles klar. Kennt ihr schon Les? Er macht Filme. Jo, auf zu neuen Ufern! Andi, Familie Hoyt. Ich habe Jimmy entführt. Wenn ihr ihn wiedersehen wollt, dann packt 10.000 Dollar in eine braune Papiertüte. Ist es hier nicht gefährlich? Hier ist weiter kein Mensch? Was Sichereres gibt's gar nicht. Machen Sie 50 Kniebeugen, Soldat. Wie war das bitte? Du sprichst unaufgefordert einen Vorgesetzten an, hast eine miserable Haltung, keine Uniform und stinkst aus dem Maul wie eine Kuh aus dem Haar. Ich rieche aus dem Mund? Du stinkst. Na schön, Soldat. Vergiss mal die Kniebeugen, aber kauf dir um, geht eine Flasche Mundwasser. Das ist ein Befehl, klar? Herzchen, wenn du denkst, es bringt was, ruft die Bullen. Ich sage ja bloß, dass sie ein Haufen unfieger Weicheier sind. Was braucht ihr, Leute? Ich habe Heule, Knallfrösche, Bomben, Handgranaten. Handgranaten? Ja, ich habe echte Handgranaten, siehst dir an. Was ist das, ein neues Kinderspielzeug? Hey, die sind idiotensicher, Mann. Du entfernst den Stöpsel, das Teil explodiert und pulverisiert den scheiß Planeten. Die sind der Bringer, Mann. Na gut, dann überleg's dir doch mal.